Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Wir befinden uns auf der Spitze des Venus-Leuchtturms und da sind sie alle versammelt. Isaac. So, ihr seid also gekommen um uns aufzuhalten. Sieh doch, was uns deine Aufmüpfigkeit gebracht hat, Felix. Ich brauche weder dich noch sonst jemanden, um mich zu retten, Isaac. Ich wollte gerade eben die Rechnung mit Saturos und Minari begleichen. Ihr könnt zusehen. Und dann zeigen wir euch die wahre Macht dieses Leuchtfeuers. Aber Cosma hat damit nichts zu tun. Lasst Cosma frei. Schweig, du solltest nicht so vorlaut sein, Felix. Sonst werden du und Cosma leiden müssen. Wenn du Cosma, wenn Cosma etwas zustößt, haben wir Pharaan enttäuscht. Wir werden nicht zulassen, dass ihr Cosma oder Felix etwas antut. Oho, ihr macht euch also auch Sorgen um Cosma? Keine Sorge. Cosma wird nichts geschehen, wenn ihr unsere Bedingungen erfüllt. Was hast du vor, Saturos? Überlass das mir. Cosma, erinnerst du dich an den Stab, der mit Hesperia in Verbindung steht? Der Stab von Hesperia? Der Stab, den man braucht, um den Jupiter-Leuchtturm zu erreichen. Ja, ja. Jene, die uns verfolgen, führen einen Stab mit sich. Ist es der, den ich meinte? Cosma, bleib, wo du bist. Du kannst das auch von dort aus machen. Was, was denkst du, Cosma? Nun, Cosma? Vielleicht. Vielleicht, was, vielleicht was? Schreit sie nicht an! Wir schreien nicht, wir wollen nur eine brauchbare Antwort. Nun, Cosma? Ihre Gedanken, ihre Gedanken sind verschleiert, ich kann es nicht klar erkennen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich jener Stab. Es wäre eine Verschwendung, sie es nochmals versuchen zu lassen. Was sollen wir jetzt tun? Kennt ihr die Bedingungen, zu denen wir bereit sind, Cosma unversehrt zu lassen? Ja? Ihr seid schlauer, als ich dachte, wenn ihr es bereits wisst. Wenn ihr uns den Schamanen-Stab gebt, wird Cosma nichts geschehen. Allen verstanden? Ja. Muss ja. Der Schamanen-Stab? Wenn es bedeutet, Cosma zu retten, werde ich ihn euch geben. Was? Aber Hamlet hat ihn dir gegeben, Ivan. Ist es dir denn egal, was mit Cosma geschieht? Dann wirst du uns den Stab geben. Gut gemacht, Saturos. Endlich haben wir den Schamanen-Stab. Hol ihn, Felix. Warum ich? Um uns deine Loyalität zu beweisen. Mach schon, Felix. Isaac übergibt den Schamanen-Stab. Was soll ich mit dem Stab tun? Bewahre ihn auf. Wo willst du hin, Cosma? Ihr habt den Stab. Lasst jetzt Cosma frei. Wie meinst du das? Du sagtest, du würdest Cosma freilassen, wenn wir euch den Stab geben. Das, das war eure Bedingung. Wir gaben euch den Stab, also lasst Cosma frei. Ihr scheint da etwas missverstanden zu haben. Ich sagte, wir würden Cosma kein Leid zufügen. Aber mit keiner Silbe habe ich erwähnt, dass wir sie freilassen würden. So haben wir nicht gewettet. Wir können auch nichts dafür, wenn ihr Saturos Vorschlag falsch interpretiert habt. Abgesehen davon würden wir Cosma freilassen. Wäre sie ein arger Bedrängnis. Cosma kommt niemals alleine zurück bis nach Lavalir, die Stadt. Was meinst du? Wir nehmen Cosma mit. Oh nein. Genau. Du gehst nicht mehr zurück. Das war es dann für dich. Wie bitte? Genug. Ihr seid diejenigen, die nirgendwo mehr hingehen werden. Okay, Schreibfehler. Macht nichts. Komm schon, Welpe. Du wirst nicht lange genug leben, um deine Dummheit zu bereuen. Seid bereit, den wahren Schrecken zu erleben, den euch ein meisterlicher Feueradept bereiten kann. Minari und Saturos. Ja, das sind die Endgegner. Und wir starten gleich mal. Äh. Verteidigung erhöhen. Böe. Ähm. Ähm. Dann machen wir Pin. So. Böe. Okay, die Attacke wird schon mal gestärkt. Kiesel. Oh je, die hauen ganz schön was drin. So. Äh. Okay, das war ein kleiner Fehler. Weil der ja zuletzt zieht. Ähm. Erdbarriere. Attacke. Ähm. Schnelligkeit auf jeden Fall. Und da machen wir mal Quelle, dass wir uns wieder heilen. So. Gut. Schnelligkeit steigt. Vielleicht kann Garrett da noch vor den Gegner ziehen. Nein. Ui. Garrett ist bereits besiegt. Okay. Äh. Dann machen wir mal Quarz. Du machst... Du machst... Das. Und du machst... Tau. Denn falls der eine nicht klappen sollte, könnte eventuell der zweite klappen. Und? Genau. Genau. Haha. Das war doch ein cleverer Zug. Äh. Okay. Gut. Äh. Als nächstes... Ja. Auf jeden Fall. Äh. Brrbrrra. Na. Fieber. Auf. Saturus. Äh. Brrbrrrapp. Brrbrrrapp. Äh. Doppel. Angriff. Für... Ah. Machen wir gleich Ivan. Äh. Dann Geysir. So. So. Ranke. Eure Geschwindigkeit sinkt. So. Ah. Die machen so viel Schaden. Das ist das Problem. Aber ich meine, es ist auch der letzte Entgegner. Hm. Äh. Hüpp. Das ist gut. Saturus, bitte. Team Attacke steigern. Dann. Smog. Und. Oh. Oho. Auf Minari, bitte. So. Äh. Sprudel mache ich auf mich selbst. So. Smog. Knospe. Das ist wunderbar. Hehe. Das ist wunderbar. Psy-Energie können, kann, ähm, die Frau oder Minari, genau, nicht mehr einsetzen. Vorher. So. So. Okay. Die Verteidigung von denen steigt. Das haben wir noch. Angriff mit Gift. Das ist gut. Starker Angriff. Paralyse. Äh. Und machen wir Nebel. Genau. So. Und zack. Okay. Die geben aber nur nicht auf, ne? Okay. Äh. Wurderam. So. PP brauchen wir nicht. Reduziert Schaden durch Feuerwand. Äh. Ja. So. Du machst schon mal deine Beschwörung. Tor. Und. Du heilst uns alle mal. Also. Hehe. Okay. Noch nicht. Dann aber so. Erstmal Beschwörung. Vielleicht. Ja. Wird schon. So. Tor. Bitte. Haha. Gut. Hat schon mal Damage gemacht. Das ist schön. Okay. Widerstand. Jetzt Fackel. Okay. Boreas. Zack. Okay. Okay. Aha. 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 Dann macht Isaac jetzt auch eine Beschwörung. Ja. 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 Gut. Prockne. Und. Dann machst du Neride. Genau. So. Erstmal Prockne. Ah. Saturos ist schon mal besiegt. Das ist gut. Jetzt kommt das Gericht. Das so. Oh oh. Isaac ist ziemlich niedergeschmettert schon. So. Meteor. Zack. Gut. Ähm. Segnung auf. Ja. Äh. Füllt PP auf. Das will ich ja noch nicht. Dann machst du Mars. Du machst ganz einfach mal Ostara. Und du machst einen normalen Angriff. Bitte. So. Weil. Ivan zieht ja zuerst. Deswegen macht er schon mal Schaden mit Ostara. Seine Erdkraft steigt sogar noch. Oje. Ah je jei. Das sieht finster aus. Ah. Garrett müsste aber noch Lebenswasser haben. Und wenn. Mia. Moment. Item. Lebenswasser auf. Ihn. Du machst. Äh. Geschwindigkeit hoch. Und. Ach. Ähm. Mhm. Äh. Ja. Ach. Ich mach erstmal auf Garrett. Weil der ist mir ja gerade wichtiger. Der hat nämlich die Lebensflaschen. Ui. Die nützen und. Ah doch. Doch doch. Doch doch. Das ist gut. Das ist sehr sehr gut. Garrett hat überlebt. Das wird uns vermutlich den Sieg bringen. So. Ähm. Ja. Kiesel. Auf jeden Fall. Dann. nutzt du Lebenswasser auf Ivan. Und. Du heilst dich bitte selbst. Ach ja. Jetzt siehst du zuerst. Stimmt ja. Jetzt ist ja auch. Alles klar. So. Kannst von mir aus deinen Hitzesturm machen. Wird dir nichts mehr bringen. So. Aha. So. Ähm. Ja. Jetzt alle nochmal normal angreifen. Mal schauen wie viel Schaden das macht. So. So. Okay. Nicht gerade viel. Okay. Feuerdämon. Das kann. Jawohl. Minardi wurde besiegt. 6.000 Punkte. Garrett ist nun Level 32. 7.800 Münzen. Wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Also gut Cosma. Lass uns gehen. Felix. Was machst du da? Ich kann nicht aufgeben. Cosma. Was? Aber wir haben doch. Wir haben dich doch gerade gerettet. Ich habe euch nie gebeten das zu tun. Felix. Du gehörst nicht zu ihnen. Du kannst jetzt gehen. Wohin du willst. Warum tust du so etwas? Die vier Leuchtfeuer müssen entfacht werden. Du willst die Leuchtfeuer entfahren? Das ist doch lächerlich. Ich dachte mir. Dass du so etwas sagen würdest. Aber ich werde es trotzdem tun. Wartet. Wenn er versucht die Leuchtfeuer zu entfachen. Dann wird er. Dann ist er doch unser Feind. Ja, an sich schon. Mach was du willst, Isaac. Aber wenn du versuchst, mich aufzuhalten, werde ich gegen dich kämpfen. Ich hoffe, ihr glaubt nicht ernsthaft. Ihr hättet uns besiegt. Oh nein. Was denn jetzt noch? Ihr mögt nicht vernichtet worden sein. Aber ihr könnt kaum noch stehen stehen. Noch nicht, ja? Aber wir werden wieder auf dem Bein sein. Und zwar jetzt. Oh nein. Er hat den Elementarstern in den Leuchtturm geworfen. Wie konnte das geschehen? Wir konnten sie nicht davon abhalten, das Feuer zu entzünden. Das ist noch nicht alles. Die Energie des Leuchtfeuers wird unsere Kräfte wieder herstellen. Wie kann das sein? Venus ist doch das Element der Erde, oder? Ja, klar. Warum kann... Warum kann dann Venus ihre Kraft an Feueradepten weitergeben? Oh je. Das sieht nicht gut aus. Auf jeden Fall nicht. Feuer und Erde stehen in einer symbiotischen Beziehung. Dieses Licht wird unsere Psy-Energie wieder herstellen. Wir kämpfen gegen euch, so oft es nötig ist. Wir werden nicht verlieren. Ihr mögt vielleicht uns zwei besiegt haben. Aber jetzt steht ihr dem mächtigen Feuerclan des Nordens gegenüber. Feuerclan des Nordens? Werdet Zeugen der wahren Stärke der nördlichen Wildnis. Oh, gebt es doch auf. Wir haben euch einmal geschlagen. Wir werden es wieder tun. Geh Felix, nimm Cosma und geh. Ich darf gehen? Später haben wir vielleicht nicht mehr die Kraft, Cosma zu beschützen. Du musst Cosma sofort zum Schiff bringen. Worauf wartest du noch? Geh sofort! Nein, ich kann euch nicht alleine gegen sie kämpfen lassen. Willst du etwa sagen, du willst Isaac nicht verlieren? Ich frage mich, ob das wahr ist. Wie war das? Wärst du nicht ein kleines bisschen traurig, wenn du zusehen müsstest, wie dein Freund aus Kindheitstagen stirbt? Was sagst du da? Ich sagte, du bist hier, um dieses Balk aus deiner Vergangenheit zu schützen. Glaubt ihr wirklich, ich würde ihnen helfen? Sagen wir einfach, dass ich es dir zutrauen würde. Und du, Saturos, stimmst du dem zu? Das würde ich nicht sagen, aber am besten wird es sein, wir lassen erst gar keinen Zweifel aufkommen. Wer sagt jetzt wem, was am besten für ihn wäre? Na gut, dann werde ich mich um Cosma kümmern. Komm schon, Cosma. Warte, Felix, ich werde dich nicht gehen lassen. Felix ist momentan euer geringstes Problem. Oh nein, sie glühen. Es ist hier an der Zeit, dass ihr erfahrt, was wahre Macht bedeutet. Ihre Psy-Energie ist überwältigend. Ja, 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 es ist zu spät, davon zu laufen. Nein, sie verschmelzen. Sie haben sich zu einem Wesen verbunden. Bleibt zurück. Boah. Das kann doch nicht sein. Infirisios erscheint. Gut, Freunde. Aber den Kampf, den sehen wir erst im nächsten Part. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.